hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge retro panda quält sich und heute ist ein wunsch von guten snes manik dran ja danke dass du dir das spiel hier gewünscht hast beziehungsweise das mit dem danke sagen das sehen wir gleich auf etwas den snes manik wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet er hat einen wunderbaren kanal und macht auch kurztests zu super nintendo spielen kommt immer jeden freitag empfehle ich euch mal reinzuschauen ich habe ihn bei euch natürlich wie immer unten verlinkt empfiehlte ich auf jeden fall da mal reinzuschauen und ja du scheinst dich ja mit super nintendo gut auszukennen und du hast mir für diese reihe dieses spiel empfohlen also erwarte ich jetzt mal was richtig schlechtes ja gucken wir mal das intro sieht ja eigentlich sogar nicht stimmig aus ne ja ich würde sagen wir überspringen das ganze mal ich habe es glaube ich so im hinterkopf dass das mal der irgendwie video game wird auch mal behandelt hatte oder habe ich das falsch im kopf dass sie da gerade etwas durcheinander bringen ich bin mir gerade unsicher okay also auf jeden fall habe ich irgendwo von diesem spiel schon mal gehört und das besondere ist halt dass er diesen nerd charakter spielt eben aber wollen wir schauen gucken wir mal rein auf jeden fall also das hauen ist schon mal in ordnung ja komm so da sind wir es endlich oh where am i why are my arms so tired the last thing i can remember das ship pirates oh no my comic is a soggy mess i want to go home okay er ist irgendwie an einem strand gelandet irgendwas mit piraten und sowas also okay grafisch sieht das doch gar nicht mal so verkehrt aus oder ich befürchte schlimm ist also wenn man schon so langsam geht okay das rennen ist denn so ja was können wir noch springen das macht finde ich bei spielen immer einiges verkehrt okay prince of persia hat das ja zum beispiel auch es sieht zwar von der animation her schön aus aber das problem ist dass wenn ihr den knopf drückt dann wird diese aufwändige animation abgespielt was dann halt schön aussieht und dadurch habt ihr immer so ein gefühl drin dass sich der sprung verzögert ich hoffe es wird nicht zu hinderlich also sieht gut animiert aus das will ich jetzt nicht sagen okay jetzt können wir das ist der angriff oder soll das hier auch ein angriff sein ok genug gelästert gucken wir mal okay da muss ich irgendwie hoch hoch springen sollst du ok es funktioniert so wie man denkt hoch drücken und springen also diese animation okay das ist eine schöne klippen animation aber diese animation wo er gerade so stehen geblieben ist und genau und sowas das wird einfach mittendrin abgespielt und in dem moment kann ich nicht steuern klar es ist soll wahrscheinlich demonstrieren dass er sich nicht wohl fühlt da gerade und so weiter aber wenn das spielen denn damit quasi so unterbrochen wird finde ich ist das kein guter stil aber wer läuft denn so selbst wenn man der super nerd ist ohne ende ok das soll wahrscheinlich zeigen der ist gerade selber zurückgelaufen also wenn eine steuerung so oft aus der hand wird genommen wird ohne witz was soll das es ist ein gegner er hat angst ich hab's kapiert ich hab's kapiert aber du ist ja dein dritt da wird er das einfach aus der hand genommen und dann läuft ein paar schritte zurück das ist doch bescheuert okay ist das hier leben kann ich das irgendwie einsammeln öpp dann wird man verletzt wenn man eine schildkröte auf dem panzer springt ich wollte eigentlich diese lebensflasche einsammeln weil anscheinend ihr seht ja oben da ich muss mit den richtungen immer gucken dass diese flaschen ja wahrscheinlich die lebenspunkte sind das muss ich von vorne anfangen oh oh spielt da die sache schon wieder ab ja es ist in ordnung ich hab's kapiert ist ja schön dass das spiel so eine gewisse stimmung irgendwie das hasse ich übrigens bei jedem spiel wenn man so gerade in der ecke hoch springen muss man steht denn zu weit ein bisschen oder ähnliches mein gott so okay so weit runter fallen darf ich anscheinend nicht das spiel hat falsch schaden ist auch nicht überall so da bin ich aber neutraler meinung das ist mal okay mal nicht so ach hier läuft jetzt diesmal nicht weg so guckt euch mal jetzt an das ist doch kein kämpfen 0 0 reichweite so und jetzt bringe ich einfach mal nach oben nicht dass ich mich mit der schildkröte jetzt noch mehr anlege wieder von vorne also wäre die steuerung nicht so seltsam würde man das auch eher und spring doch da verdammt noch mal runter ja das ist echt nervig das spiel ich habe ja nichts gegen so einen protagonisten so nerd charakter und sowas ne wir sind ja denke ich mal alle so ein bisschen nerdig unterwegs sonst würden wir in unsere mit 30ern uns jetzt keine alten videospiele irgendwie auf youtube rein ziehen oder machen ähm aber ist ja gut dass wir diese thematik haben und so weiter aber wenn ich einen charakter spiele dann soll er jetzt nicht komplett sinnlos und wehrlos sein das soll ja spaß machen dass das spiel steht im vordergrund vor allem wenn es halt ein plattformer ist immerhin kann man dieses stöhnen oder wie man das bezeichnen will ähm haben sie gut abgesampled das kommt sonst sind es soundtechnisch gut rüber so aber spannendes level design sieht auch anders aus oder klippen hochziehen runter zwei gegner klippen hochziehen runter so mal laufen also dieser laufen button der bringt einen gar nicht so viel weil ich so hoch war diese höhe jetzt auch nicht springen darüber ach lass mich raten jetzt muss ich den stein dahin rollen ok wie mache ich das ja kann ich den treten nein also ich weiß dass ich den stein jetzt da logischerweise irgendwie hinbringen muss muss ich mich vielleicht irgendwie natürlich kann er sich nur drucken er kann im drucken nicht laufen also ich komme ja nicht hoch und der stein liegt da schon auffällig das problem ist halt nur wenn ich das rätsel an sich das problem ist das ist auch nicht sehr intuitiv das ok doch das sieht schon so ein bisschen wie schieben aus ok das rafi ich kann ich kann ich kann ich kapiere das wirklich nicht man kann sich wahrscheinlich denke ich mal irgendwie abseilen so dann irgendwie runter springen geht nicht aber diese höhe wieso haben wir da jetzt gerade fallschaden bekommen und gerade ging das aber verstehe ich nicht wir haben das level geschafft jawoll immerhin oder glaub das level war es nicht aber den abschnitt halt und das level design geht so weiter ok jetzt muss ich hier irgendwie rüber das geht also kann ich da hoch springen einem ich probiere es mal continue ja ja komm ich werde nur versuchen ob ich da hoch springen kann ich weiß nicht warum ich bin heute anscheinend sehr masochistisch Gott wenn ich das board aussprechen könnte dann sollte ich es auch benutzen das springen ist echt hakelig gerade weil sich das halt so indirekt anfühlt das mag ja hier kein problem sein wenn man sich jetzt irgendwo genau da drunter ausrichtet und dann einfach hoch springt geschenkt wie das macht das so zufällig dieses von mir ich will nicht mein Gott ich habe es kapiert komm ich da jetzt hoch ja komm Schildkröte ich mag es nicht ich mag Schildkröten ne komm ich habe echt keine Lust mehr komische Steuerung und komischer Levelaufbau auf jeden Fall macht nicht wirklich Spaß aber trotzdem danke dir lieber SNES Maniac für den Wunsch wenn ihr auch mal einen Wunsch haben solltet einfach in die Kommentare rein ich habe so eine Liste wo ich mir jetzt alles immer schön aufschreibe und dann irgendwann wenn ich mal dazu komme gucke ich mir auch euren Wunsch an also danke dass ihr diesmal reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ihr fantastischen Menschen machts gut bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal